Ja, moin moin miteinander. Ich hab mein Haus die ganze Tage üben, werst, ob ich Loup werden kann? Und ich versuchte mal auch ein Mikrofon. Ich hab Obo Gerdes, komm mit Auer Gwalinkhusen, schrieb sich dadurch ja Plattdeutsch, wie lange jahren Spölbaus von der Orte-Gruppe. Und so bin ich, wie Plattdeutschrieben komm, erst für das Bleitje, denn für das Radio und die Orte-Stücken usw. Und für das will ich, jo was für Tellen. Ich hab ein bisschen Bammel, für morgen, dass ich Obstum, ist wie eine Prothese aufbrocken. Also nicht, dass die sagen, die können sich den Tannen mal mocken, lauten, ich kann dir nichts anmocken, das Stück ist weg. Aber das hab ich in den Husten liegen, das wird morgen mal anbacken. Also nix für ungut. Ich versuch das trotzdem Röwe zu bringen. Und darum fang ich guck mal an. Vorher hast du die Dübel und du dein so ein Wolltropen. Ält das, was um Toast steht. Man miedert meist. Ein Ehefrau ist dür, dort verhält man noch meist so lang. Ein Klogefrau geht hör Kerl noch, woher sie will. Lebe ein Leben lang bahn, als ein Leben lang tot. Und nun kommt. Man muss von der Arbeit so weit wegstauen, dass anderen durch Helier drankommen können. Max und Moritz kennt auch jeder. Aber die Plattwirtische Fassung kennt auch nicht jeder. Und der hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wenn die Willen durch gemolten Lütchen, und schnitt doch auch vorlesen. Max und Moritz mögen beide. Ach, sie leften, nimm's voll frei. Tegend sitzt du hier die Grappen, wo die beide dort Leben statt. Schmüßen kannst du wunderbar. Die, hock von der Känke vor. Wat hier dümms bedenken deit, wo man trifft mein Kind. So geil. Och, man hört von leipe Känne. Bittes bei, ist dat neid minne. Wel dat is dat willm geweten. Max und Moritz hätt sie haten. Die, anstellt so gbeerst du wiesen. Nimmst du argen, nicht du diesen. Falktins öbel elkein lachten. Annes kunst auch nix verwachten. Ja, to öbel dortigkeit. Han se bann ich luste beid. Minschen argen, den hauen. Appels, Beeren, Blumen klauen. Dat we seke mackelke. Und dat to felschmockelke. As in kargof in die Stol. Stiehltu zitten o'm Stol. Man och her, o jases ne. Wenn ik ob dat inne seh. Och, wat was'n schlimme Bahn. Wo de beid dat is er gone. Darum is hier, wo se dreben. Hemel malt. Und ook beschreben. De eerste Strick. Men ik een gifst dök falmö. Mit dat lewe Pferdenfee. Erstens, dat kan man wohl sergen. Wie se frischge Eier leeren. Twedens wil man of en an. Ogenbrau verteren kan. Datens, oben nimmt man gern. In gebrugte Höhneferden. In de küssens. Und in pöhl. Nimmst nix nachts. In bed gern köl. Kijk, dat is die wegfraubull. Die ook nachts. Nicht frasen wull. Höhne hase do goddree. Un stolten horn hase. Mach zo'n morits toch'n zo'k. Kijk mal an. Wat is'n glöck. Un z'n feell not bakke loopen. Om zo'k een schnabbrot to koppen. In feelldelen elke stok. A zo'n lütchen fingerdick. Disse bin ze an beinche. Over krust elke stok an reinche. Un ze lachen dem man zo. Ob de hoff van disse fro. As de ho'n dat kriktus een. Kijk, dat is wat nich een. Kijk, 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 kijk. Kijk, kijk, kijk. Gak, gak, gak. Door kom ze. Ho'n en höhne wat een wunne. Schlug een elk dat brood ga hunne. Man eet dat ze zo'k besinnen. Hemst ze ook dat band al binnen. Over krust en altijd meer. Rieten ze zo'k hen en her. Flutten op en flutten doll. Ja, sis, nee, wat is een kwal. Och, nu bleem dan de langen. Taken van de bummen hangen. Unne hals wort lang en lange. Ho'n gesang wort bang en bange. Elke in lecht en gaun ei. Do komt al de totum drei. Wel fru bullis in de komme. Hört de buken ho'r gestorme. Zij kijk door de siedel door. Zij kijk door de siedel door. Zij kijk door de siedel door. Zij kijk door de baum dat hemel door. Trond en op verloot mijn ogen. Och, wat het man me betrogen. Alleen wie in lehnes moest het rum. Hang door nu in de appelboom. Zij kijk door de siedel door. Zij kijk door de siedel door. Danker. Ik heb nu, ik heb nu mitgekang dat wie ook personen hierhem die dat plattdeutschen niet zo machtig zijn. En ik heb extra en deutschkurs megekd om een Satz leert. Het die persoonchen dat nu niet verstaan hebben. Also wenn ihr wer Auto vor den Sultan vernormt oder mögen, rast nicht wie mit wilden Pferden durch das Weltgetümmel, lieber mal zu spät auf Erden als zu früh im Himmel. Dankeschön. Wie wir noch interessieren, wo habt ihr Herr Gerdes, Herrn Eden kennen wirt? Ja, die hätten mich mal anrufen, dass ich alle morgens eine plattische Sorte machen wollte, ob ich hier mal lesen konnte. Er hat von meinem Namen gehört, dass ich plattisch lesen soll, nur wenn ich hier bin, dann habe ich das erste Mal lest. Und da fragte ich, was hast du denn noch ein Programm? Ich habe ein Teaterstück, ein Personensstück mal studiert, ob ich das hier oben machen konnte. Dann habe ich dann die Leute hier das Ein-Personensstück gespielt, wie auf dieser ländische Bühne hier, und das auch gut anrufen. Und du denkst, wo ist das mit Firma Eden für mich? Aber zwei Jahre Leute, da klinge ich jeden von mir. Ja, das kennen wir immer wieder. So wie ich bin, hat eben ein Apparat, kannst du noch mal was machen? Und dann bin ich das erste Mal hier, weil das füllt mich mit Stolz, dass er mit mir zu früh ist. Und mir macht das Spaß, wenn ich sehe, wo die Lüge zu früh sind. Ja, und Spölbos in Augs sind sie immer noch? Bei den Hosen bin ich das Beste. Nein, ich bin... Achso. Also mein Teater habe ich mit 65 Aufgaben, ich bin 30 Jahre aktiv. Ich habe jetzt nur noch mein Hobby lesen, wie geschrieben, für beide Zeitungen in... Aber, und das langt. Und ich muss mich auch als Rentnerin immer um die Frau kümmern, sie kommt immer so schlecht wie Werk in meine Geschichten. Da muss doch immer was anderes kommen. Genau, immer mal dann beim Flaggen. Ja, genau. Und dann mal Urlaub holen und so was. Ja, genau. Geschichte mit Max und Moritz übersehen, das hat mir gut gefallen. Wo könntest du dich fürstellen? Also, ich habe mich so Gedanken mockt, was man da mocken kann. Und da ist es mir so gekommen, wenn man so Oma und Opa das Stück in Hand dreht. Ja. Und da ist es mir englisch zu lernen. Es geht weg. So, die gucken sich deswegen das Bogen. Ja. Also, wir haben ein Oblak von 1400 Bogen. Ja. Da sind noch etwas schief, wie das Schleswig-Land-Skup. Alle anderen sind weg. Sind alle anderen weg. Alle weg. Das ist ein Zeichen, dass die wollen irgendwo verlieren. Ja. Ich habe auch alle an Schulen sind weggegangen und so weiter. Da werden wir mit anderen gefragt. So was erst für Töseln, Nachmittag oder so. Kommt so was auch gut an. So an Kindergons oder so. Also, ich habe die Kinder noch nicht. In Schule habe ich immer lesen. In Wannibus in Grundschule. Da habe ich auch das Gefühl, so richtig haben die Kinder das nicht gepäert. Ja. Wie die lützchen Kinder. Die kennen ja Devis. Die kennen Computer und so was. Ja. Das wäre für ein halbes Jahr was das. Ja. Die Kunden mag es nicht für den Anfang. Ja. Ist ja auch das Problem mit Generationen. Ja. Ja. Ich kann ja pocken das auch nicht mehr so. Nein, nein, nein. Und wenn das engen Generationen fehlen bleibt, ist das wahrscheinlich besser, wenn wir in den Hust sitzen. Ja. Und das dann so Oma und Oma miteinander sitzen mit den Enkels. Ja. Und das die dann miteinander werden lesen do und das die dann Pflicht über das selten do. Ja, das ist ein Gesamtenwert natürlich. Nur, ich meine ist, dass du Max und Moritz in meinen Formen bitte Erwachsene für lesen kannst. Ach so. Weil die kennen alle von früher Max und Moritz. Ach ja. So geht das, ne? Ja. Ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das so ist. Obwohl ich weiß, dass ich auch Max und Moritz gekauft habe und kriege habe. Wo der da ankommt, kann ich nicht sagen. Ich kann doch sagen, dass ich einmal, obwohl ich eine Grundschule les habe. Ja. Wir haben die wohl toll gehört. Aber so richtig Resonanz hat sie nur toll. Aber nur ist das so, die Kinder können doch ja auch gar keine Platte schmieren. Ja. Ja. So sind das du. Ja, das kann ich tun. Aber wir wollen auch, weil der noch eher ist hier. Ja, also geht so. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich das gemacht habe. Ja. Weil ich auch viel Sehen mit hat, mit Max und Moritz. Gut. Ich bedanke mich. Da haben wir richtig gefallen von morgen. Besten Dank. Ja. Wir haben mich gut gefallen von morgen. Wunderbar. Ja. coldes neig. Gut. ム